Here we go again, my friends, here we go again Eis gefroren Ähm, ja Server Bitte warten, Verbindung gestartet, wow, wir sind jetzt gerade hier gespawnt schon Krass, okay Boah, ist das alles laut, kann man hier nicht noch irgendwie Einstellungen machen? Ist echt total laut gerade So, kurz auf den Desktop, damit es für euch nicht zu laut wird Ich habe mich gerade echt ein bisschen arschlaut Aber natürlich werde ich auch mein Kopfhörer ein bisschen runterstellen Weil es ist echt verdammt laut So Gucken wir mal Also wie gesagt Survival Post Apocalypse Now Genau Wir schauen mal Ob es genau so ein Spiel wie gestern wird Oder um einiges besser Ich habe keine Ahnung was mich hier erwartet Ob es nur gegen Spieler ist, gegen Zombies Oder whatever Könnte auf jeden Fall rein Bloß wie Ich würde hier gerne rein, weil da scheinen einige Sachen zu sein Moin Moin Nico, grüß dich Komm mach die Scheiße auf hier Mach jetzt die Türe ganz auf, alles klar Na, guck mal Hier haben wir schon was gefunden Sehr gut Ich bin so Matsch, ey Ich bin echt so Total komisch gerade alles Oh, ich habe eine Pistole Wow, ich habe echt eine Pistole gefunden Hallo Willkommen im Club Nico Ich bin auch saumäßig müde Und saumäßig im Eimer Ich kann nicht sagen warum Ich bin nochmal weggepennt Ich habe die Nacht Es war so scheiße kalt hier Ähm Ich bin nochmal weggepennt Richtig Und ja Vorhin erst richtig In Anführungszeichen nochmal wach geworden Ich dachte mir ja so What the fuck ey Du hast ja einiges Heute noch vor im Endeffekt Naja Was will ich mal machen Starten die neue Woche Morgen geht es dann wieder weiter Morgen ist ähm Der ganz normale Arbeitsalltag auch bei mir Oh mein Gott Boah Dank dir Nico für den Loot Oh Oh Hier ist eine Glocke ey Ne Da sind wir raus Äh rein Jetzt gehen wir hier durch weiter Wir haben echt in der Kirche mal was gefunden Lecko mio Bisschen unterster Qualität gestartet irgendwie Also das war so eingestellt Alles so gelassen Außer halt Vollbild Ähm In Full HD Ich bin echt gespannt was uns hier erwartet Also hat so ein bisschen Daisy und keine Ahnung What Feeling Wegweiser ohne Namensbezeichnung Hier liegt gar nichts Das nächste Haus Aber wieder so ein bisschen postapokalyptisches Russenfeeling Mal sehen Ob wir irgendwas finden aber geil ist dass wir hier jede Schubkasten aufmachen kann Ah guck mal hier richtig zu fuddern und so Da müssen wir auch irgendwo eine Futteranzeige haben Da ist nichts drinne Schade ist auch nichts drinne Lampenschirm Oh Batterien Ein bisschen mehr Kleidung wäre nicht verkehrt Ich weiß nämlich nicht ob man hier frieren kann So wir haben auf jeden Fall Essen und Trinken gefunden Das soll mich interessieren Ich habe leichten Hunger Keinen Durst Alles klar Ich bin bei 35 Grad Scheine also wirklich weiter zu frosteln Geht es einfach mal weiter hier Da hinten kommen die nächsten Häuser Da hinten ist ein Schiff oder sowas Das heißt wir gehen mal hier ein bisschen Querfeld ein Guck mal hier liegt ein Bötchen Krasser Scheiß Ich würde die Tür zu machen Scheiß drauf Oh ein Telefon Was ist das? Ein Öffner Ah cool Kann ich denn was in die Hand nehmen? Das ist jetzt die andere Frage Kann ich überhaupt was essen? Was ist das denn? Das ist schon so DayZ und Anderes Ceiling Wie benutze ich denn das jetzt? Ah, Doppelklick drauf So, nehmen wir das hier mal, haben wir noch einen Dosenöffner, den würde ich aber gerne rausschmeißen. Ah, das ist nicht wahr. Ich habe echt aufgegeben, es darf doch nicht wahr sein. Oh, fuck. Ah, egal, warten wir jetzt ab. Was soll ich machen? Wie doof, echt. Ich habe gedacht, die Übersetzung wäre nicht zu 100%. Die Übersetzung ist auch sehr dürftig gehalten, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, wie ich was rausschmeißen kann oder auch nicht. Oh, hier läuft der Regen jetzt runter. Krasser Scheiß. So, dann gucken wir mal. Sind wir jetzt in der Nähe irgendwie oder? Sind wir ganz woanders? Vor allem eben hat es geschneit, jetzt regnet es. Total komisch irgendwie. Das ist sowas wie ein Schiff. Keine Ahnung, ob man hier irgendwas findet oder so. Ich glaube nicht. Oh, habe ich mich jetzt festgepackt oder was? Ach komm, nee, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Komm schon. Ich habe mich jetzt wieder festgepackt, ne? Es kann echt nicht wahr sein. Verdammter Scheiße. Egal, next try. Obwohl es hier ein Game, was nicht von Twitch unterstützt wird, irgendwie als Unterkategorie-Bild und sowas, aber egal, ich habe das einfach per Ausrufezeichen Game eingegeben. Mit vollem Namen des Games hier. Mal schauen. Und nächster Spawn. Bitte warte, Verbindung mit dem Server. Guck mal, da ist sogar ein Boot auf dem Wasser da hinten. Ich habe keine Lust, jetzt durchs eisige Wasser zu schwimmen, um Boote, mich so ein bisschen an der See, wie damals dieses, ähm, ja nee, vom Hafen, dieses fette Bootwrack, oder nicht vom Hafen, irgendwo auf jeden Fall fettes Bootwrack war, was total verbuggt ist. Da habe ich auch genau so festgesteckt. Und kam noch nicht mehr weg. Wegweiser ohne Weggedönse. So, da hinten ist ein Haus, hier ist nix, dann gehen wir mal hier lang. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier noch was anderes außer Spiele rumrennen, bin ich ehrlich. Boah, ich fühle mich so matsche, ne? Ne, ist gar kein Haus. Verdammte Axt. Aber ne, was ist das? Lol. Straßensperre. Weißt du, was mich die Textionen hier erinnern? War See Infestation. Ob das das Spiel ist, was die hier als Vorbild genommen haben, was jetzt? Bitte warten, Verbindung mit dem Server. Lol. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Was ist das denn jetzt? Schnellreise? Moin Sandra, grüß dich. Soll das jetzt eine schnelle Reise sein? Ich bin gerade total irritiert. Die Tür ist auf, das ist noch viel schlimmer. Hier kann man auch gar nicht zumachen, alles klar. So, was haben wir denn hier alles? Ein Hauch von nichts, ein Hauch von nichts, noch ein Hauch von nichts und auch ein Hauch von nichts. Ein Schokoriegel. Ein Hauch von nichts, ein Hauch von nichts, ein Hauch von nichts, ein Magazin und Feuerzeug. Kleine Stücke wären mir lieber. Ich würde es echt mal interessieren, was das war. Ob das eine Schnellreise war oder... Komisch halt gerade alles. Gehen wir mal hier hinten lang. Da oben ist noch ein Haus. Oh, da sind viele Häuser, guck mal. Da vorne ist nur ein Wasserturm. Ne, ein Aussichtsturm. Wow, vielleicht haben wir da oben eine Waffe, ein Jagdgewehr oder sowas. Warte, da geht er automatisch hoch, alles klar. Okay, da ist auch eine Hütte. Aber so klar. Nichts. So, wir wollten zu der Hütte. Wo war die Hütte? Da. Ah, guck mal, da ist ein größeres Gebäude da vorne. Ich hab's hier, blöde Gefürchtungen. Nicht G-Fürchtungen, sondern B-Fürchtungen, dass wir hier wieder nichts finden werden. Und es sieht wirklich so aus. Oh, ja. Wir haben eine Pistole. Und Reflex, keine Ahnung was. Da wollte ich aber gerne noch wissen, wie kann man das denn wegschmeißen? Werfen sie ausgewähltes... Ah, okay. Cool. Ach, guck mal. Habe ich eine auch unter der Hütte verbarrikadiert? Nice one. Cool Idee. So, jetzt haben wir auch einen Hammer. Jetzt kann man hier nicht noch herstritschen. Jo, genau, Sandra. Das ist was, was ich von Kalle gestern auch noch bekommen habe. Und da fange ich jetzt noch mit an, dass ich so spät heute dran bin. Ich bin total matschig, keine Ahnung. Ich bin nochmal weggepennt. Weil die Nacht einfach so beschissen...